Leute, ich hab's wieder geschafft. Ich bin wieder da. Wo bin ich? Wenn man den ihren Insta-Namen kennen würde, dann wisst ihr mal, wo ich bin. Weil das habt ihr ganz schlau geworden. Den ihren Insta-Namen. Richtig, so ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. I am back in the Harzhübels. Und was macht man in Harz? Bei uns gibt's die besten Forellenlöche, aber Hechte gibt's in diesen Voralpenseelen einfach nicht. Können auch alle bayerischen Alpenangler fragen. Gibt's einfach wirklich nicht. Und wenn ich keine fange, dann ist es auch einfach so, dass es keine gibt. Und deswegen komme ich einmal im Jahr, immer im Sommer, zur besten Hechtzeit, komme ich in Harz. Okay, natürlich nicht, aber hier gibt's wirklich echt gute Hechte und die Jungs können auch echt gut angeln. Deswegen, wir blenden jetzt hier einmal ein. Wir haben gestern schon mal ein paar Gewässer getestet. Krass, oder? Also, wir sind gerade, Leute, wir müssen wissen, wir sind gerade die Gewässer am antesten für den Kohlenketchup-Drehen. Wir müssen auch finden, was das beste Gewässer ist. Wir haben jetzt mal eins gefunden, das ist gar nicht so schlecht, wie ich sagen, oder? Ich sag mal so. Guter Start, oder, Jungs? Was sagt er? Nein, 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 nein. Oh, ich bin schon wieder aufgerissen. Alter, ich bin schon wieder aufgerissen. Ey, das ist ein Schwein. Es ist so schmackhaft. Das sah schon ziemlich wild aus. Und das wäre auch mein Ziel für heute. Machen wir mal so. Ich war gestern nicht dabei. Nein, Spaß. Deswegen haben die auch gefangen. Wir, Leute, wir haben einen Plan. Wir sind ja ganz oft immer am Streiten, so, welcher Köder fängt am besten, was fängt am besten, ne, willst du das? Und dann ist es ganz oft so, dass man ja sagt, der Köder fängt am besten, aber das ist ja auch meistens einfach der Köder, den man am meisten fischt. Und wenn man dann so engstirnig sich immer nur das nimmt, was man schon kennt, haben wir uns mal über was überlegt, Max Lane. Was haben wir uns überlegt? Max, du drehst jetzt direkt auch für dich, ne? Nee, erzählt noch nicht. Nee, nein, das ist jetzt nur mal. Okay. Das war ganz schön lang gedreht. Oh, das ist ja lame. Der hätte es mal für dich gedreht, ne? Oh, scheiße, du. Scheiße, du. Okay, um es aufzulassen. Wir haben hier uns eine geile App runtergeladen. Und da gibt es wie viele Kategorien? Zehn Stück, glaube ich, haben wir. Wir haben jetzt zehn Stück erstellt. Zehn Kategorien mit Sachen, die wir heute fischen. Also, es gibt Topwater, man kann alle Topwater, frösche, Stickbait, Popper fischen. Schau mal, eine geile Kategorie. Twitchbait fände ich auch nicht schlecht, würde ich nehmen. Swimbait, auch Porno. Natürliche Farbe auch okay. Schockige Farbe, was würdest du sagen? Hier eher schockig natürlich. Scheiße. Dann haben wir Blech. Das muss natürlich sein, das ist guter alter Eisen, ne? Ich bin hier auch nicht so begeistert von. Aber Wadda Penner ist jetzt mal so richtig Blech auf Hecht gefalscht. Auf Hecht gebe ich her. Dann haben wir Softbait am Jig. Findest du gut oder findest du schlecht? Ein bisschen Wasser fehlt eher schlecht. Gut. Dann haben wir nach Softbait am Jig, wo steht's, dann haben wir noch Fliege an Spinnroute. Das ist ja lustig. Ich durfte hier meine Fliegeroute nicht mitnehmen und wollte ich auch gar nicht, weil einfach zu viele Routen werden. Aber wir haben einen Streamer dabei und einfach, wie machen wir das? Am Chebu oder... Am Chebu oder Dropshot oder... Fangen wir Fliege an der Spinnroute. Ich muss sagen, das wird ja auch wahrscheinlich über den anderen, über den ansässigen Leuten wahrscheinlich gar nicht gefischt. Das ist ultra unbekannt. Könnte auch super funktionieren. Aber ich bin nicht so begeistert. Dann kommt meine Lieblingskategorie Baden gehen. Das bedeutet, man muss hier so... Wenn ein Köder hängt, muss man die Person, die das dreht, wenn man den höchsten Köder hängt, muss die den lösen gehen. Hätte ich bei den Temperaturen derzeit mit Trudien und Wartos, jetzt hätte ich sogar Bock. Also würde ich gerne als schlechte Kategorie ansehen. Joker ist selbst erklärlich. Ihr dürft fischen, was ihr wollt. Und das war's. Das war's. Das ist der Plan für heute und morgen. Wir gucken mal, was geht. Hechtbarsch, wir nehmen alles mit. Auch Waller und Arapaima Grande. Und ich würde sagen, der Hübscheste darf als erstes drehen. Bitos, bitte. Okay, Leute. Wir haben natürlich hier auf BigBait einen Harz gefahren. Deswegen haben wir nicht so viele Twitch Baits dabei. Wenn es mir immer trotzdem ein Juden rauskommt. Ist das der Elixano? Sag ich so Fakeness oder ist das der Elixano? Das dürfte einer sein. Das ist der Elixano, Leute. Den gibt es auch einen richtig geilen Dekorn. Den habe ich mir heute erst mal nachbestellt im Hype Fishing Shop. Den werde ich mir jetzt mal an meine kleine Route dran machen. Du snackst dir meine, deine. Das sind bürgerliche Kategorien. Die Spinnrude. Ja. Und so ein Clean. So ein Clean-Swim-Bait. Ja, es ist vorne sehr flach. Ich könnte nur 20er-Liney angeln. Eigentlich wäre es schon ganz geckig, oder? Aber ich fange erst mal so ein Schneidermichchen dann größer. Was machst du da hinten? Bei dir ist ja interessant. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das als Blech akzeptiert. Ja, das ist ein Spinner. Klar, Digger. Aber von Onkel Willi habe ich jetzt hier mal so ein verrücktes Teil bekommen. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich glaube, es könnte auch funktionieren. Ja, ich sage mal, ein Hecht ist ein Hecht, ne? Ja. Hecht ist Hecht. Richtig. Dann er darfst du. Auf Call & Catcher. Gut. Und was haben wir da hinten bei Onkel Willi Willi? Also ich kann natürlich alles fischen, was ich will. Und dadurch, dass Mac ja jetzt eh Swim-Bait fischt, das mache ich Topwater. Und du fischt ja eh Twitch-Baits. Fischen wir alle was anderes. Und dann kann man genau sehen, was hier am besten funktioniert und noch nicht. Hier. Ich fische hier so ein Smash-Tail. So ein Whopper-Plopper heißt er. Damit fangen die auch die Waller da an in Frankreich, ne? Genau. Genau, genau, genau. Okay Jungs, dann brauche ich hier noch einen Stahlin und dann kann es losgehen. Hier haben wir aber was zur Umgebung zu erzählen. Wir sind hier an einer ziemlich großen Talsperre. Ist aber einfach mal super ausgetrocknet. Echtartig. Guck mal, das sieht echt aus wie Afrika. Man muss ja auch sagen, hier sind ja gerade richtig Waldbrände hier im Harz. Und das ist so zu sehen direkt und der Borkenkäfer wieder alles zerstört. Also das ist schon natürlich hart. Also wir machen das jetzt hier seit vier Jahren, diese Touren in Harz im Sommer. Und man sieht schon echt, wie sich die Natur hier wirklich verändert. Wahrscheinlich, wenn man hier wohnt, kriegt man es weniger mit. Aber wir als Touris kriegen es echt hart mit. Littji! Was? Du bist zu schwer. Du singst ein. Oh, das sieht schon wieder so anstrengend aus. Weil wenn ihr wisst, dass ich heute früh schon joggen musste. Aber einfach in die Löcher zu zählen ist natürlich ein smarter move gewesen von mir. So, Timer. Ist jetzt 11 Uhr 50. Wir können uns auch einfach einen Timer richtig stellen. Ja, immer richtig einen 30 Minuten Timer würde ich sagen. Richtig einen 30 Minuten Timer. Ist das hier eine spacige Umgebung, finde ich ey. Bild, ne? So. Let's With the games beginn. Get it started. Ha. Let's get it started. Yeah. Okay, ich muss vorrennen. Leute, du magst hier einfach mitten in der Talsperre drin, weil hier einfach so niedrig Wasser ist, dass kein Wasser da ist. Dann hat sich aber gerade Mitte 70er Hecht gefangen. Der erste für Swimbait. Ich mein, derzeit ist die Challenge dann natürlich ohne Sinn. Weil Swimbait hätten wir so und so richtig gerne gefischt. Die anderen stehen hier am Rand, fischen im ganz flachen Wasser auch. Ich hab hier mich an die Äste herangestellt. Aber Petri an Mexlein. Leute. Leute. Der erste Fisch des Drehs. Ging schnell. Ich hab's schon vorher gesagt. Ich mein, dafür war jetzt die Challenge nicht geeignet, dass wir mit Swimbait jetzt ein Hecht fangen. Ich mein, das hätten wir auch gewusst, ne? Aber vielleicht ist ja auch einfach dazu da, um zu bestätigen, dass man Recht hat, weißt du? Genau. Mal gucken. Ja, echt kein schlechter, ne? Nö. 75 könntet ihr gleich haben. Sehr schlanker Fisch, aber schön auf jeden Fall. Kann auch mit starten. Okay, bei wie vielen Minuten vom Timer sind wir mittlerweile? Weiß ich nicht. Schon ganz schön fortgeschritten. Also ich hab zwei Würfe bis jetzt gemacht. Danach bin ich einfach zu dir gerannt. Ja. Und ich hab sieben Würfe gemacht und hab den Fisch gefahren. Ja. Also muss man sagen, bis jetzt können wir uns nicht beschweren für die Bedingungen. Schon gesell. Bisschen mehr Wind. Ja, aber auch der Grund, warum ich tatsächlich kein großes Swimbait genommen hab. Ja, wir fischen ganz gerne viel große Swimbaits, aber bei den Bedingungen so Sonne, knalle Sonne, ein bisschen Wind ist da, aber dann lieber hier mal ein bisschen kleine Angeln manchmal. Gerade im Sommer. Im Oktober egal. Im Oktober 30er. Gut. Mal gucken. Ich fisch meinen 12cm Anno weiter. Während ihr gerade Max Fisch gesehen habt, war die Kamera ja leider dort hinten. Aber wir haben hier vorne auch zwei Würfe gemacht. Ich hab meinen Joker eingesetzt. Hab von Topwater auch auf Swimbait gewechselt. Auf 15er Lineschuh. Weil du gesehen hast, dass das bei Max funktioniert hat? Weil ich gesehen hab, dass es bei Max funktioniert hat. Und hier hinten auf Topwater nicht mehr so viel. Ich hab's da vorne gefühlt, aber hinten fühl ich's nicht mehr. Und dann hat's auch direkt geklappt. Nächster 75er echt. Sehr geil. Zeig ich euch jetzt. Zeig ich mal her hier. Da ist er. Jawoll. Der Nächste. Dit läuft. Dit läuft. Heini. Ich bin gespannt, ob wir in zwei übrigens. Bin gespannt, ob der, äh, der чуть spät auffangen würde, wenn man ihn mal angeln würde. Er liegt da seit 20 Minuten. So. Willi wieder einen. Sag er mal. Na, sag mal. Aber was für eine Fritte, du. Ach wie Scheiß. Ey, das könnte locker mein Nachleid davon gerade sein. Der ist ja, also, oh weia, oh weia. Joa. Na ja, ich würd mal sagen, Fisch ist Fisch, oder? Ja. Wer den Kleinen nicht ärrt, ist die Großen gefährd. Ja. Das sagt deine Freundin immer zu mir, oder? Ja, der hat noch Welpenschutz, oder? Ja, der hat noch Welpenschutz, würd ich auch sagen. Hast du eine Zange da? Nö. Gut, dann halt und dich wohl. Okay, sieht man alle Leute? Ich glaube, halb. Joa, ein bisschen. Ich muss sagen, für die erste halbe Stunde kann man nix machen, ne? Du musst ja dazu sagen, ich war in 40 Minuten jetzt gerade. Ja, aber wärme ja hier mit hier rumtragen. Aber weil er ist trotzdem nicht mal 30 Minuten lang, ne. Ne, also ich hab tatsächlich nicht mal 10 Minuten, glaub ich, geangelt. Man muss sagen, das war fast wie Schweden. Also bam bam bam, hab da gemacht. Ich würd sagen, die Challenge, noch nicht drehen. Nein, das, ich glaub, er hat sich aufgehangen. Das zählt jetzt schon. Nein. Also wir wollen ja einfach mal sagen, wir wollen ja testen. Man muss sagen, du hattest ja sogar Nachläufer auf dein Ding. Ich hatte tatsächlich Nachläufer auf diesen komischen Maskeweg. Und direkt danach kommt 10 Meter daneben und gleich großer Fisch könnte ja gleich sein. Das wär der absolute Beweis, dass Swimbait deutlich besser ist und auch drei Fische auf Swimbaits, nichts auf was anderes. Auch eigentlich schon ziemlich sicher. Deswegen fischt ihr das ja auch so gern. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Ich bin gespannt. Aber wenn wir eine Prädiktion abgeben, ist es eh so, dass Willi und ich einfach mehr Fisch fangen. Ja, wollte ich auch grad sagen. Du musst halt auch angeln können. Dann ab jetzt halt einfach, Willi nimmt die Kamera ab jetzt und dann gucken wir einfach mal, oder? Mal hier. Was wär dein Traum? Keine Ahnung. Baden gehen. Okay, ich will was, was Hänger produziert. Okay, Leute. Kategorie Baden gehen. Wir haben es uns jetzt gerade mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist jetzt irgendwie sinnbefreit, weil ich jetzt wieder angeln darf, was ich will. Also ich hab jetzt gerade Baden gehen. Das heißt, die Jungs haben quasi Joker. Zählt das eigentlich auch für mich selbst? Ja. Wenn du selbst einen Hänger hast, darfst du ihn selber lösen gehen. Geil. Okay. Und wenn die Jungs einen Hänger haben, dann muss ich den halt auch lösen gehen. Ähm. Genau. Und ansonsten. Jetzt bin ich jetzt einfach nochmal. Und dann fischst du. Ist auch gerade spannend. Ich seh grad fischst du mal. Wenn du jetzt nochmal Baden gehen solltest, dann musst du zweimal Baden gehen. Softbait am Jig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Viel Spaß. Freust du dich? Warte. Die Emotionen sind nicht so überwältigend, muss ich sagen. So. Der Papa zieht jetzt was Gutes. Nein. Ja. Geh weiter. Ja. Das wenigstens Softbait am Jig nur wie Flieger an Schwinnrute. Oh. War das knapp, Alter. Okay, wir haben zweimal Softbait am Jig und einmal. Schauen wir mal, was ich hier rauskriege. Nochmal Softbait am Jig hatten wir gestern Abend schon mal, als ich Probe gespint habe. Er kriegt nochmal Blech. Ja. Oh, er geht noch einen weiter. Schockige Farbe für Vitus. Ja, ja, okay. Kann ich jetzt mal ein bisschen was machen. Kann ich mit leben, lässt dich bestimmt mit arbeiten. Colin, zeig mir den Bildschirm auch. Ich hab mich jetzt hier entschieden für diesen Wobbler Wobbler, weil der schön laut ist. Und wenn wir schon einen tiefen auf scheiß Topwater fischen müssen, dann wenigstens laut sein, um die Fische nach oben zu lotten. Was machst du, mein Freund? Ich mach den OG-Move. Junge, du biegst dir die Wute in die Fresse. Junge, wir filmen hier. Okay. Was machst du? Ich mach den OG-Move. Ich mag eigentlich kein Jiggen, also ich jigge total selten und hier ist es auch irgendwie witzlos. Twitch-Jig. Also Twitch-Jig ist wahrscheinlich die inoffizielle Bezeichnung. Ja, einfach ein Dart-Jig und durchs Freiwasser-Jiggen. Freiwasser-Jig. Okay, das klingt aber auch sehr profihaft, muss ich sagen, interessiert mich. Sehr Barsch-like vor allen Dingen. Was machst du? Ich hab mir einfach so ein, keine Ahnung, hier so ein 18cm Hecht-Gummifisch genommen. Jig-Kopf dran. Das ist auch ein Gummifisch am Jig. Mit Jig machen wir bis 10. Richtig durchdacht. Mitty! Ja? Was machst du? Ich bin noch am überlegen. Mitty wird sich irgendwas Schottiges dran machen. Das kann bei ihm dauern. Und wir werden jetzt den Timer auf 30 Minuten stellen, dann geht's los. Ich muss sagen, in dem tiefen Bereich, hier guckt euch mal, wie schnell die Kante runter geht, wie schnell geht's hier weiter. Da fühle ich mich mit meinem Top-Order-Küller wohl doch etwas aufgeschmissen. Zum Glück nur noch so 20 Minuten, danach endlich wieder hoffentlich was Gutes. Es gibt ja mehrere Kategorien, wo man dann echt Swim-Bait fischen könnte. Man kann bei Joker Swim-Bait fischen, bei Swim-Bait oder Twitch-Bait kann man auch bei viel fischen. Zum Beispiel Schottkirke Farben gibt es ja auch Swim-Baits und Twitch-Baits. Deswegen hoffe ich schon, dass dann wieder was Gutes kommt. Das sind natürlich auch schlimmere Sachen als Top-Order. Aber naja, was sagt das Gefühl? Also ich hab eigentlich mit meinem Köder kein schlechtes Gefühl. Das ist hier ein Western-Jug dran, ne? Ja. Schön Schottkirke. Kann man arschweit feiern, das Ding. Ja. Ich hab eigentlich an sich wirklich das Gefühl. Rutschiger ist es hier. Maxlein, ging schon was? Echt? Von einem Rieger-Barsch. Einen Riesen-Barsch? Ja, nicht ganz vorbei. Okay. 14cm, aber bitte nicht 40cm. Max, zum Glück hast du Badengehen gewählt. So, schönen Hänger rauslösen. Weiß ich selbst. Wie schlimm das wäre, wenn ich einen Hänger kriege. Ne, wie schön. Sprachenlernen Bubble. Boah, wie schön das wäre, wenn ich einen Hänger kriege und jemand anders den lösen müsste. Das find ich echt cool. Ja, nass ist er jetzt auf jeden Fall. Okay, Leute. Eine Minute 40 noch hat Max gerade gerufen. Ich glaub, jetzt kommt noch was. Diese halbe Stunde war ineffektiver wie die erste. Woran liegt das? Am Spot und daran, dass ich keine Lightroom mehr angle. Nein, es ist schön hier. Es ist echt schwierig hier zu laufen und echt anstrengend. Colin wollte blind hier angeln. Ich meinte, lass mal auf das Rad schreiben blind hier angeln. Super Idee. Super Idee. Ich bin dreimal gestorben, Alter. Weißt du, wenn du nie was ausprobierst, was noch niemand ausprobiert hast, dann kommst du auch nicht dahin, was noch niemand hingekommen ist. Stimmt. Aber ich muss auch nicht tot in der Talsperre liegen. Das hat sogar schon mal geschafft. Kennst du die Doku aus dem Haus? Stimmt. Also Timer ist zwar jetzt um, aber du hast jetzt irgendwie nicht die ganzen 30 Minuten durchgezogen. Ja, ich hab ja meinen Soll für heute erledigt und dann fahr ich jetzt nach Hause, weil ich bin so müde. Wisst ihr, wo Willi die letzten drei Tage war? Meiner Meinung nach in der Hölle. Aber was war es wirklich? Auf den Medi-Meisterschaften. Was sind die Medi-Meisterschaften? Ein Festival. Ein Festival. Und deswegen bist du jetzt arbeitsunfähig. Also das ist ein Festival, wo eigentlich nur sehr deluxe Medizin und Zahnmedizinstudenten, Studentinnen, wie auch immer, da halt rumhühnern. Da wird richtig hart gefeiert vier Tage lang und das ist der Willi Wolf nicht gebürtet mit dem Onkel. Zu viel Alkohol und zu wenig Schlaf und zu viel gebummt. Zu viel Alkohol? Ja, ja, ja. Aber mir wär schon das Problem. Okay, wir verabschieden uns von Willi. Oder willst du, dass Willi für dich noch das letzte Mal spinnt und du das nimmst dann? Okay, gerne machen. Komm, ich spinne noch einmal für Max. Ich hoffe, ich krieg Flieger an der Spinne-Route. Oh, der Sound ist schon echt gut. Also die App weiß, wie man die Kunden anlockt. Och nee, Willi. Ja, 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 ja. Topwater! Herzlichen Glückwunsch, Max. Danke, Reil. Ich muss sagen, Topwater hab ich grad gar nicht gefühlt. Das Ding, wo dann die App nur noch durchlaufen. Oh, da hast du gespinnt, Alter. Das ist normal. Dum, 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 dum. Oh. Oh, fuck. Nee, Joker. Ja, nice. Komm mal. Du warst richtig, richtig close für wieder ein Topwater, Alter. Echt? Ja, ja, ja. Oh, ich hab keinen Bock auf. So, los, let's go. Voll übertreibt doch mal seine Mission vollständig. Das ist die Chaktik. Ah, scheiß Zielandern. Blech, Digga. So, her mit dem Maski-Spinner und ab nach Hause. Ich glaub's nicht. Zwei Minuten ist es her, da haben wir ausgelost. Jo, ich hab mir mein Blech herringemacht. Ich hab den Maski-Spinner von Willi mir gezogen. Den Witti vorher schon Nachläufer gezogen hat. Und ich muss sagen, wir haben Fisch. Zwei Würfel, gell? Ja, war schön hier. Direkt am Rand drin. Max hat gesagt, hier ist noch ein bisschen tiefer. Danach wird's zu flach für richtig Blech. Und das ist ja echt ein großer Spinner. Und auch echt schwer, der geht tief runter. Aber schön entschneidert wenigstens. Kleine Flöte zwar. Ist zwar schön reingeschallert. Ein bisschen ausgerastet so. Aber, kann man mit arbeiten. Ich muss sagen, das hätten wir ja sonst nicht gefangen. Aber vielleicht hätten wir niemals gefischt. Wär wahrscheinlich auch aufs Swimmbad gegangen. Ist ja nichts ausschlaggebendes so ein kleiner Fisch. Aber, Hauptsache. Guck mal, wenn die Talsperren ganz abgelaufen sind. Die werden hier genutzt, um das Feuer zu wäsen. Und sich abgepumpt. Dann zeigen sich hier total krasse Spots auf dem Echeloto. würde man die natürlich auch finden. Aber so, wenn man keinen Plan hat, würde man das nicht finden. Das sieht echt geil aus hier mit den ganzen Steinen. Da ziehe ich jetzt hier noch einen schönen Hecht raus, auf meinen Maski-Spinner. Die dritten 30 Minuten sind jetzt rum. Wir haben einen Fisch gefangen auf den Köder. Ich muss sagen, den Maxi hätten wir doch sonst nicht gefischt, oder? Eher nicht, nein. Definitiv, nein. Man muss auch sagen, wahrscheinlich war der Fisch auf den Zulmettenklein gegangen. Ich war einfach nur der Erste, der da hingeworfen hat. Also nicht ausschlaggebend, aber trotzdem war das Trübung gelb und es buscht sich ja richtig so auf, so wie die Miras-Maus, falls ihr die kennt. Und hier ordentlich Druck. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, weil er letztens ein richtig großer gewesen ist, ist es auch geil gewesen. Na ja, gucken wir mal, was wir als nächstes bekommen, oder? Würde ich auch sagen. In die Haus, let's go. Was willst du? Was würdest du gerne haben? Let's have a quick look. Was würdest du gerne haben? Weiß ich nicht. Oh nein, nicht Topwater, nicht Topwater, nicht Topwater, nicht Topwater, nicht Topwater. Gott sei Dank. Du warst okay. Rein mit Leben. Gut, gut. Gut, gut. Ja. Mit dir was hättest du gerne? Ich würde das nicht. Ja, ich hätte auch gerne Joker oder Football. So, wir sagen sie nicht. Ja, wir kommen. Das ist auch spät am Jig. Da vorne eigentlich gut. Na ja, gut. Die beste Stelle eigentlich dafür. Das ist eigentlich jetzt die idealste Stelle, die am Jig. Also das stimmt schon. Okay, mal kommen. Du musst dich wieder übertreiben. Und zwar einfach. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Du musst da in Begebenheiten treu bleiben. Nur ich sag's erstmal nicht gleich. Gucken wir uns mal. Da was hab ich. Topwater. Fliege an Spinnrute. Man sieht gerade gar nichts. Da steht's. Fliege an Spinnrute. Geil, Dicker. Den hätte ich sonst nicht gefischt, muss ich sagen. Finde ich gut. Werde ich jetzt mal ausprobieren. Leute, seht ihr den Hecht? Wir stehen hier auf der Staumauer. Darf man leider nicht angeln. Bla bla bla. Nervig, nervig. Aber hier steht ein echt schöner. Mitte 70er Hecht, würde ich sagen. Ja. Und der hat hier auch so viel Futter. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber ist hier alles voll, Junge. Tonnen, Tonnen, Tonnen. Also wirklich hier. Sehr geil. Daneben, hat Viti gerade entdeckt, steht direkt der nächste. Der ist aber kleiner. Also ich würd sagen, das wird sich gelungen, Alter. Das ist auf dem einzigen Bereich. Wir haben sie gar nicht bestimmt. Boah. Boah, da hat dich als Kamera raus so richtig gelohnt. Ja, na klar hat sich das gelohnt. Dann würdest du hier mal Fischklein machen. Hier, guckt euch mal an, die schockige Farbe. Sonst hätte ich mich nicht gefischt. Weil Max sagt immer natürlich. Kaum hier vertraue ich auf mein Glück. So, fange ich wieder an Fische. So ist es. Mein Köder. Dein Köder. Und meine Farbauswahl. Ich bin Radisch. Also eigentlich Gottes Farbauswahl. Genau. Hier guckt ihr euch nochmal an. Ihr habt bestimmt von meinem Leben einen kleinen Hecht gesehen. Ich zeige ihn euch gerne nochmal. Ganz entspannt am Einzelhaken. Aber wirklich extrem ist entspannt. So. Faktisch hängt er gar nicht mehr. Was ist das Ding? Ich würde sagen, er guckt ganz schnell zurück. Weil er ist jetzt hier viel größer. Wir sehen uns jetzt seine Mutti, seine Omi, sein Opi. Mit einem ganzen Himmel. Ich schlägen wir zwei. So. Mit hier mit natürliche Farben. Hat wahrscheinlich hier gerade sein erstes Fisch am Band. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein riesen Moiga Oschi. Eiei. 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 Der ist so ein Ding da zu dem gestern richtig reingefriken. Ja, recht nicht klein. Eier. 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 Ja. Ich will, dass meine Maxi draußen ist. Ey, besser geht es ja gar nicht. Nice. So, guck dir das an. Erfolgsküter. Ich muss sagen, natürlich geht es fast gar nicht mit dir. Ne, aber... Hat ihn auch hier schön... Einmal gecuttet. Einmal gecuttet. Ja. Hallo ein Achtziger. Zeig ich mal her hier. Junge, ihr wisst mich verarscht. Keiner tippt mit Steinen auf dem Kopf. Geht mit Bayern immer. Oh ja, das ist ein Achtziger, oder? Geiler. Geilo. Super. Max hat was dran. Max zieht die ganzen Strukturen mal voraus. Ist so. Max, die kleinen Barsche müssen sich auch irgendwo noch verstecken können. Leute, ich habe schon wieder einen Test gefangen, weil Max mit meiner Rute angelt, meinen Köder. Mein Köder? Ja, ich habe schon gute Farben gewert. Also gerade macht es in der Einführung, das ist richtig gut. Und deswegen... Ich habe aber gerade... Entschuldigen, ich habe meine Fliege weggelegt. Colin hat gerade Drohne geflogen. Ich habe mir gedacht, das ist meine Chance, wenn er doch was geil ist. Ja, ich würde sagen, es hat geklappt. Schöne Freidee. Leider hatten wir gerade gar nicht drauf, dass Vito gerade noch einen echt richtig großen Fischropper hat. Boah, der ist voll vor uns. Direkt am Hof, als du hier bist, muss ich dich vorstellen. Ist ultraflach, also nicht mal einen Meter tief. Über die ganze Ding hier. Ich habe übelst den Einschlag bekommen, aber hat den Köder wahrscheinlich nicht erwischt oder so. Aber ja, eine Flanke. Die Flosse war, glaube ich, so groß wie mein Gesicht, Alter. So, Leute. Ritt uns das Korn mit einem richtig großen Fisch. Dann ist sie nass. Jawoll. Jawoll, Junge. Jawoll! Keine Worte. Da ist unser nächster Meter. Also man muss einfach mal wirklich sagen, Swimbait und auch Swimbait in natürlichen Farben, das war heute der Köder. Also ich glaube das ist der Beweis dafür hier. Das Battle hat auf jeden Fall Swimbait gewonnen. Wahnsinn. Wirklich. Guck mal die Schnauze von dem Fisch an. Guck mal die Schnauze an. Heftig. So, also ich würde sagen, das Video war gerade richtig geil schon zu Ende. Und es geht jetzt meinetwegen noch weiter. Das ist ja schlimm. Colin und Scheiße. Max hier die ganze Zeit am Labern und auf einmal höre ich es nur Platschen. Also man muss sagen, also man muss sagen, Swimbait hat sich jetzt rausgestellt. Das Swimbait scheint echt hier keine falsche Wahl zu sein. Nee, definitiv nicht. Danke. Dann war's freundlicher. So, das war er heute wohl. Das war irgendwie ein krasser, krasser Sport hier. Und man muss auch echt sagen, das war ein krasser Tag, Max. Danke dir. Gerne. Auch an Vitus. Chicken Props, Alter. Das war schon einfach unfassbar geil. Also muss man wirklich sagen, ich weiß, ich möchte das einmal ganz kurz formulieren. Ich weiß nicht, ob es reingeschnitten wird oder nicht. Ist auch scheißegal. Im Harz angeln sieht immer so einfach aus. Ist es nicht. Es sind ausgewählte Spots, die an ausgewählten Tagen immer mal wieder funktionieren. Und dass jetzt schon wieder zwei Meter richtig gefallen sind in zwei Tagen ist einfach... Das ist schon dumm Lack. Das ist die Mischung aus Harz und Bayern. Ja, das ist einfach... Ja, superschwierig hier, ohne Scheiß. Einfach... 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 Nein Spaß. Gut, wir haben aber hier ein Statement zu geben. Wir haben ja ganz viele Köder heute getestet. Wir haben die Fliege getestet. Wir haben die Twitch-Bait getestet. Wir haben Top-Border verschiedenste Arten getestet. Wir haben... Wir haben natürliche Fragen. Wir haben natürliche Fragen. Was man sagen muss... Swim-Bait absolute Macht. Und da würde ich sagen, auch die natürlichen Fragen, oder? Ja. That's how we do it all. Die Köder hier. Funktionieren einfach. Genau. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das die nächsten Tage auch. Für euch ist jetzt Schluss. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mal schreiben, was ihr noch Lust habt zu sehen, was wir mit den Boys hier machen. Und dann werden wir die Sachen, worauf wir richtig Bock haben, auch machen. Und jetzt habe ich richtig Hunger, wenn ich Mittagessen gibt. Ja. Und die leckeren Kekse, die dabei waren, die Max immer mitbringt, die Vollkornkekse, die sind nass geworden. Also ab nach Hause. Es war ein cooler Tag.